Fangen wir an und zwar mit unserem ersten Redner. Ich habe schon ein paar Worte zu Jürgen Goethe gesagt. Genau, David, vielleicht bist du schon mal so lieb, ihn sozusagen vorne anzupitten. Hallo Jürgen, aka Tante. Er ist uns zugeschaltet aus Berlin, nehme ich an. Ja. Genau. Und ich habe schon viel gesagt. Er arbeitet für ein Unternehmen, das sich wirklich schon sehr, sehr lange mit der Verknüpfung von digitalen und analogen Inhalten damit beschäftigt. Das sind, glaube ich, vor allem, du wirst mich gleich berichten, Museen und Kunsträume, die ihr sozusagen auch gestaltet, aber auch ganz viele andere Dinge. Und kann uns da mal einmal einen Einblick geben, wie sich sozusagen die Technologie weiterentwickelt und welche gesellschaftlichen Potenziale auch in der Technologie liegen. VR, AR ist schon gefallen, aber das ist ein sehr, sehr weites Feld. Und ich übergebe jetzt an dich. Vielen Dank, dass du da bist. Schön, dass du da bist und ich wünsche viel Spaß. Ja, danke für die Einladung. Könnte mir noch jemand das Recht geben, eine Präsentation freizugeben? Sonst müsst ihr die ganze Zeit nur auf mein Gesicht gucken. Das ist nicht so attraktiv vielleicht wie ein paar andere Dinge, die ich sonst habe. Ja, fantastisch. Dankeschön. So. So. Mal kurz das hier zur Seite. Genau, wie schon vorgestellt. Bekommen wir die PowerPoint oder müssen wir sie abmalen? Ich kann das zur Verfügung stellen, kein Problem. Natürlich. Es wird auch eine Aufzeichnung geben und die Vorträge, die stellen wir auch über unsere Website zur Verfügung. Genau. Genau. Heute soll es ein bisschen um die gesellschaftliche Relevanz von Metaverses gehen. Das ist in 20 Minuten natürlich extrem schwierig. Ich werde mein Bestes geben, damit wir zumindest ein paar interessante Sachen dazu zu sagen kriegen. Nochmal kurz zu mir. Mein Name ist Jürgen Goiter. Ich bin der Research Director bei Art & Com. Art & Com arbeitet jetzt seit so fast 35 Jahren in diesem Bereich. Früher sagt er immer neue Medien. Wir machen so einerseits das, was man links sieht, so große interaktive Skulpturen. Also das Ding, was man da auf dem Foto sieht, das hier ist so 60 Meter groß. Aber auch so ganz klassische Ausstellungen, digitale Exponate in Ausstellungen. Aber wir haben auch einen Verhältnis mit sich großen Forschungsarm, sonst hätte ich auch keinen Job, denn ich bin für die Forschung bei Art & Com zuständig. Einige Leute kennen vielleicht Art & Com, wenn sie einen Netflix-Account haben. Es gibt eine Doku über uns, die heißt The Billion Dollar Code, in der beschrieben wird, wie Google Earth von uns geklaut hat. Und kommen wir noch ein bisschen zum Thema Forschung. Das ist so ein kleiner Ausriss aus so ein paar Forschungsprojekten der letzten Jahre. Wir machen halt so klassische geförderte Forschung. Ministerien, die EU, wie auch immer, geben uns Geld, weil sie glauben, dass wir ganz interessante Ideen haben, um uns mit Themen zu beschäftigen. Und dieser ganze Bereich VR hat bei uns eine verhältnismäßig lange Geschichte. Also man sieht hier Jungle Pack 1999, das ist Urban Jungle Pack. Damals gab es diese Brillen und so weiter nicht zu kaufen. Das ist alles in-house gebaut. Oder daneben sieht man das Window into Virtuality. Da konnte man sich halt digital ein Mercedes zusammenbauen und dann, indem man halt so ein Screen bewegte, konnte man halt diesen virtuellen Mercedes, den man sich gewünscht hatte, quasi sich angucken und sich da reinsetzen und solche Geschichten. Also wir haben ganz früher noch die Hardware selber gebaut. Machen wir natürlich heute nicht mehr, weil es einfach nicht mehr wirtschaftlich ist. Wir arbeiten aber sehr, sehr viel eben mit VR und AR-Technologien in ganz, ganz unterschiedlichen Kontexten. Ich habe auch gleich noch ein paar echte Projekte aus unserer Arbeit mitgebracht, damit man ein Gefühl dafür kriegt, was wir so gerade interessant finden. Kommen wir kurz zum Begriff Metaverse. Metaverse ist ja gerade so in den letzten Monaten ist da so ein Hype-Begriff geworden. Metaverse ist aber ein zeitlich-missig-altes Konzept. Der Begriff stammt aus einem nicht unbedingt gut gealterten, aber sehr, sehr einflussreichen 90er-Jahre-Science-Fiction-Roman namens Snow Crash von Neil Stevenson. Und das Metaverse dort ist eine Reaktion auf eine kollabierende Welt. Das heißt, die Ökosysteme kollabieren, das politische System kollabiert, die sozialen Systeme sind auch so ein bisschen kollabiert und eine Handvoll Konzernen haben alles übernommen. Das ist die Welt, in der alle leben. Das ist nicht so schön. Und dann gibt es halt dieses Metaverse, in das man sich reinversetzen kann, in dem halt bestimmte Dinge zumindest halbwegs funktionieren. Also das ist eine ähnliche Vision, wie man auch in einem Film, der etwas neuer ist, Ready Player One vielleicht mal gesehen hat oder das Buch davor gelesen hat, wo halt eben auch sehr, sehr klar so eine eskapistische Fantasie im Zentrum des Ganzen steht. Das heißt, auch Ready Player One ist irgendwie so ein komplett kollabierendes System. Die Umwelt ist schlimm, alles ist schlimm. Und jetzt gibt es halt so eine virtuelle Welt, in die man sich halt projizieren kann, in der Dinge halt irgendwie besser sind. In Ready Player One bedeutet besser so eine Nostalgie-Trip für Leute in so einem Mit-40er. Aber das ist so eine, das ist die Begriffsgeschichte dieses Begriffs. Und der wurde über lange Zeit dann eigentlich nicht mehr benutzt, so richtig. Also er hatte keine besondere Relevanz. Man hat so VR-Technologien, die kommen alle paar Jahre wieder. Aber der Metaverse-Begriff wirklich ist erst später wiedergekommen in den letzten Jahren. Gucken wir mal kurz drauf, was das eigentlich heute so bedeutet. Es gibt sehr, sehr viele Definitionen von Metaverse. Jedes Metaverse-Buch, was Sie sich kaufen können, hat wahrscheinlich eine eigene. Ich habe auch eine, die ich jetzt mal so hinwerfe. Ich glaube, sie ist verhältnismäßig konsistent mit vielen anderen. Aber es gibt eben nicht so eine eine, auf die man sich wirklich 100% verlassen kann. Metaverse ist ein sehr weicher Begriff, der sehr unterschiedlich benutzt wird. Also ein Metaverse für mich ist eine, wir kommen auf die dick gedruckten Begriffe gleich nochmal im Detail. Aber es ist eine immersive, persistente und soziale 3D-Umgebung, in der Akteure sich autonom bewegen und mit digitalen Artefakten interagieren können. Was bedeuten diese dick gedruckten Worte? Immersiv bedeutet halt vor allen Dingen, dass es eben eine, dass es nicht so sehr in so eine Richtung von Augmented Reality geht. Okay, hier ist eine nette kleine Geschichte, die man in die existierende Welt so einbettelt. Es geht schon eigentlich um einen sehr, sehr vollständigen Eindruck, den man sich holt. Idealerweise per VR-Brille. Also das heißt, man hat eine wirklich komplett andere Welt, als die, in der man sich bewegt. Das könnte ein Videospiel sein, das kann was auch immer sein. Immersivität bedeutet eben auch eine, dass man sich als Person in dieser Welt verortet fühlt, wenn man drin ist, dass man eine gewisse Form von Eintauchen hat und eben nicht nur so ein, ich gucke mir ein Bild an der Wand an hat. Persistent bedeutet, es hat eine gewisse Dauerhaftigkeit. Idealerweise eine Dauerhaftigkeit, die eben auch da ist, wenn ich nicht da bin. Also wenn ich ein Videospiel spiele und ich schalte meine Konsole aus, dann ist das Spiel nicht mehr da. Das ist erst wieder da, wenn ich mich wieder einschalte. Bei einem echten Metaverse würde man sagen, das ist auch da, wenn du gerade nicht drin bist. Dann machen halt andere in diesem Raum was und das siehst du, wenn du wieder reinkommst. Aber der Raum quasi hat eine Dauerhaftigkeit. Sozial ist, glaube ich, sehr wichtig für Metaverses. Das heißt, ich bin da nicht alleine drin. Es sind andere Menschen da, mit denen ich interagieren kann. Und ich glaube auch, der Begriff der Autonomie ist sehr, sehr essentiell. Das heißt, die Möglichkeit, dass ich selbstbestimmt Dinge tun kann, mich selbstbestimmt bewegen kann, mich selbstbestimmt mit bestimmten Dingen beschäftigen kann, mit bestimmten Dingen interagieren kann. Das ist das, was ich hier mit digitaler Artefakte meine. Dass ich halt als Akteur wirklich aktiv sein kann in diesem Raum. Und nicht nur, wir haben das vorhin als Beispiel gehört, es gibt ganz viel diese VR-Achterbahn. Da kann ich halt wenig tun. Ich kann mich halt umgucken. Aber ich habe eigentlich wenig Autonomie. Und das ist, glaube ich, für ein Metaverse wäre das zu wenig an der Stelle. Der Begriff Metaverse wurde durch Mark Zuckerberg eigentlich wieder ins Spiel gebracht, weil er 2021 seine Firma, die damals Facebook hieß, umbenannte in Meta. Das war nur so halb, also die Umbenennung war jetzt natürlich schon überraschend, aber dass Meta damals Facebook sehr aktiv in dem Space war, wussten eigentlich alle, weil die haben halt 2014 schon Oculus gekauft, damals noch für schmale 2 Milliarden US-Dollar. So einen der größten Hersteller von so VR-Brillen. Und haben das schon auch noch weiter betrieben. Haben verhältnismäßig viel Geld reininvestiert, um eben diese Oculus-Hardware immer besser und immer leistungsfähiger zu machen. Und auch günstiger, muss man sagen. Also für das, was es kann, ist es verhältnismäßig günstig. Als sein Metaverse vorstellte, sah das ungefähr so aus. Also man sah so ein Video vorgerendert, in dem Mark Zuckerberg in so einem komischen Wohnzimmer steht und dann irgendwie mit irgendwelchen digitalen Repräsentanzen von sich herumspielt und da so im Raum herumwischt und dann verändert sich da was und dann projiziert er sich auf irgendeine Raumstation und spielt Karten, glaube ich, mit irgendwelchen Aliens, die auch da sind oder mit den Avataren von irgendwelchen Personen. Das war so der Werbepitch. Natürlich sieht das in der Realität nicht so aus. Was den meisten Leuten auffallen dürfte an dem Bild ist, Mark Zuckerberg hat gar keine Brille auf. Realistischerweise sieht es halt so ein Metaverse, das ist jetzt das Horizon von Facebook, oder von Meta. Das sieht halt eher so aus. Das heißt, was wir auch vorhin schon mal gehört haben, es ist halt nicht so sehr, dass es so eine hyperrealistische Visualisierung ist, sondern es ist sehr, sehr stilisiert, um eben auch eine Umgebung zu haben, die so eine VR-Brille leisten kann. Also 3D-Räume zu rechnen, ist eh schon schwierig, aber wenn ich das auch noch mit der Bewegung einer Person zusammenbringen muss, dann braucht man verhältnismäßig viel Rechenleistung, um das überhaupt am Laufen zu halten. Und deshalb sind diese Dinger üblicherweise nicht in der Lage, so eine hohe Pixeltreue zu haben. Insbesondere, wenn es nicht eine statische Umgebung ist, wo es nur eine 3D-Szene ist, bei der sich nichts bewegen kann, sondern wenn sich eben auch andere Personen da bewegen können, Dinge tun können und Bälle schmeißen und wie auch immer. In der Realität, wenn man dann so eine Person im Metaverse sich anguckt, sieht es halt eher so aus. Nicht so sehr wie Mark Zuckerbergs Vision von einem hübsch gestalteten, sehr teuren Anwesen, in dem man da herumläuft, sondern man sitzt halt irgendwo mit so einer Brille und idealerweise vielleicht sogar Noise-Canceling-Headphones auf, um wirklich komplett abtauchen zu können in eben diese andere Welt. Diese Brillen sorgen, wie wir gerade auch schon mal hörten, das ist ein anderes Erleben, als sich so eine 3D-Umgebung auf einer einfach flachen Oberfläche, auf einem Bildschirm anzugucken. Sie haben aber natürlich auch wiederum bestimmte Eigenschaften. Eine, was vielen Leuten vielleicht auffallen wird, wenn sie die Dinger das erste Mal benutzen, ist, dass selbst wenn man sie hochhebt, wiegen die eigentlich nicht viel. Das geht heute. Wenn man die aber längere Zeit vorm Gesicht hat, merkt man, wie der Kopf immer weiter nach unten zieht, weil man es halt die ganze Zeit so ein Gewicht vor den Augen halten muss mit dem Nacken. Es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist viel anstrengender, als man das erwarten würde. Es ist, auch wenn es billiger geworden ist, immer noch verhältnismäßig teuer. Also PlayStation hat gerade für die neue Konsolengeneration verhältnismäßig fortschrittliches VR-Headset rausgebracht. Das kostet halt mehr als die Konsole. Also es ist halt bei 500, 600 Euro, die man dafür ausgeben muss. Es gibt natürlich auch ein paar günstigere, aber gerade wenn man so an das Mögliche, an den Grenzen des Möglichen gehen will, ist man teilweise auch schon vierstellig. Das kostet halt viel Geld. Die Community ist auch noch sehr eingeschränkt. Also gerade wenn man sich in Facebooks oder Matters Plattformen bewegt, merkt man, dass die Anzahl der Leute, die da unterwegs sind, schon noch sehr, sehr beschränkt ist. Das ist jetzt nicht so wie, wenn man so ins Internet rausgeht, wo man faktisch jeden und jede irgendwie findet. Dieser Raum, der Leute sich da beschäftigen, ist schon sehr klein. Wahrscheinlich natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass man eben einerseits viel Geld braucht und dass man auch, und das wird gerne vergessen, viel Platz braucht. Man würde jetzt ja denken, das ist ja VR, da brauche ich ja nur mich und ich sitze ja eh schon irgendwo. Aber wenn ich mich wirklich bewegen möchte in so einem Raum und ich möchte, keine Ahnung, mit meinen Handgesten Dinge tun, dann muss man davon ausgehen, dass man so zwei bis vier Quadratmeter Fläche eigentlich absperren muss, um eben sicher zu sein, dass man nicht irgendwas umschmeißt oder sowas, oder sich verletzt an irgendwelchen Sachen oder über irgendwas stolpert. Das ist was, was dabei gerne vergessen wird. So gerade für Leute, die vielleicht auf dem Land wohnen, so meine Eltern, die haben auch irgendwo ein Haus auf dem Land, da ist das kein Problem. Das würde man irgendwie hinkriegen. Dann nimmt man halt eins der Kinderzimmer, der ausgezogenen Kids, da hat man Platz. Ich wohne in Berlin, da ist das mit Platz immer so eine Sache. Da ist das schon eine Herausforderung, das hinzubekommen. Und wenn man halt diesen Raum nicht so richtig absperrt, sondern halt immer weiß, okay, du darfst deinen rechten Arm eigentlich nicht bewegen, bricht das halt extrem mit der Emission. Ich fühle mich nämlich dann nicht mehr in diesem Raum, in dem ich mich bewegen kann und interagieren kann, sondern ich weiß die ganze Zeit, dass ich nicht in diesem Raum bin. Was eine große Schwierigkeit ist, wenn man eben genau diese Immersion erzeugen möchte. Und was wir gerade schon hörten, Menschen wird sehr, sehr schnell schlecht. Das Problem mit diesen Dingern ist, also man kann ja technisch schon einiges hinkriegen und es ist auch besser geworden, aber der menschliche Körper hat so eine Sicherheitsfunktion. Und wenn das, was die Augen sagen, ich bewege mich gerade, ich hüpfe durch eine Welt, und das, was die Ohren sagen, nee, du sitzt still, wenn das nicht zusammenpasst, denkt der Körper, man ist vergiftet worden. Und der Körper reagiert auf Vergiftung mit, wir machen jetzt mal den Magen leer, und zwar sehr, sehr schnell. Und deshalb wird einem sehr schlecht. Und das ist eine Funktion, die sehr, sehr schwierig auszuhebeln ist. Es wird, wie gesagt, es ist besser, aber man muss kalkulieren, wir persönlich gehen für Ausstellungen davon aus, einem Viertel bis einem Drittel der Besucherinnen wird schlecht, wenn sie es benutzen. Und das ist natürlich eine große Menge an Personen. Selbst wenn es besser wird, dann sind es irgendwann 20 Prozent. Das ist trotzdem eine große Anzahl von Leuten. Diese ganze Immersion, wir reden darüber häufig als so ein rein visuelles, oh, das sieht schön aus, das ist eine 3D-Umgebung, aber Immersion hat natürlich auch immer was mit Haptik und mit Erleben und mit Anfassen zu tun. Das heißt ja, im Deutschen sagt man eigentlich zum Spaß begreifen, sondern wenn wir Dinge verstehen wollen, ist häufig, dass wir das anfassen wollen und dass wir irgendwie so eine Beziehung zu Objekten aufnehmen wollen. Da hat sich in der letzten Zeit auch vieles getan, also die Technologie ist viel weitergekommen. Das da sind zum Beispiel zwei Controller, wie sie halt die aktuelle Playstation-VR-Hardware mitbringt. Die haben extrem fortschrittliche Vibrationsmotoren drin. Also man fühlt wirklich, also man kann, so ein klassisches Ding ist, man fühlt auf dem Ding, wenn Regen auf die Hand fällt. Das fühlt sich an, als würden Regentropfen auf die Hand fallen. Das kriegt man wirklich gut hin, durch sehr, sehr kleine und sehr, sehr spezifische Motoren. Das Ding erkennt auch teilweise ganz gut, ob man jetzt gerade die Hand auf hat, also so, oder ob man die Hand schließt und welchen Finger man geschlossen hat. Damit kann man natürlich ganz gut spielen, aber es ist immer noch was anderes. Man merkt immer noch die ganze Zeit, dass man diese Stöcke in der Hand hat. Das heißt, gute Spiele oder gute VR-Umgebung arbeiten häufig damit, dass sie einem schon visuell etwas in die Hand geben, was sich anfühlt, wie das da sich anfühlen würde, um eben die Version aufrechtzuerhalten. Für viele andere Sachen funktioniert es wiederum dadurch ein bisschen schwieriger. Aber auch da, da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Da wird sich, glaube ich, auch noch mehr tun. Aber da sind wir noch, glaube ich, sehr am Anfang im Vergleich zu vielen anderen Bereichen. Zum Thema Metaverse kann man nicht reden, ohne über die Zukunftsfähigkeit dieses Sektors zu sprechen. Meta hat in den letzten Quartalen jeweils 2,8 war noch ein günstiges, meistens so 3 Milliarden Euro pro Quartal verloren. Also investiert in Entwicklung von dieser ganzen Hardware, dieser Software-Plattform und so weiter. Die anderen Player in dem Space sind weitgehend ausgestiegen. Microsoft hat jetzt in der letzten Entlassungswelle im Tech-Sektor das komplette Mixed-Reality-Team rausgeschmissen. Das waren die, die früher die HoloLens, das haben vielleicht einige Leute mal gehört, entwickelt haben. Die gibt es nicht mehr. Und auch viele andere Player haben sich komplett zurückgezogen. Meta selber spricht in seinen Werbedokumenten auch eigentlich nicht mehr von Metaverse. Die sind jetzt eine KI-Company. Das heißt, dieser Begriff Metaverse, der ist in einer schwierigen Situation, gerade sagen wir es mal so. Auch wenn sich technisch natürlich in den letzten Jahren einiges getan hat. Das könnte uns jetzt sehr deprimieren, muss es aber gar nicht. Denn das hat zu einer ganzen Menge Technologie geführt. Denn viele dieser VR-Technologien, dieser Controller, haben uns ganz viele neue Dinge erlaubt, die wir vielleicht früher nicht so auf eine coole Art und Weise machen könnten. Und da habe ich jetzt mal so drei Projekte aus unserem Alltag mitgebracht, so Dinge, an denen wir forschen oder gerade geforscht haben, wo sich solche Dinge sehr sinnvoll einsetzen lassen. Das erste hier ist das Projekt Beware. Das lief, wie man unten vielleicht sah, bis 2022. Die Situation war, das war ein Projekt gemeinsam mit der Charité, Menschen mit Bluthochdruck, häufig haben die vorher schon Herzprobleme gehabt, die kriegen dann irgendwann verordnet, dass sie zur Krankengymnastik sollen, damit sie sich mal bewegen. Also man soll sich halt, man soll seine Gymnastik machen, damit der Kreis noch fit bleibt. Die Leute kommen auch alle zwei Wochen zu diesem Meeting, weil das macht Spaß, das sind andere Leute, das ist irgendwie lustig, danach geht man Kaffee trinken. Die machen aber die Übung zu Hause nicht, weil das ist langweilig. Und da guckt auch keiner und warum sollte ich, sitze so schön auf dem Sofa. Deshalb haben wir dann eine VR-Umgebung baut, bei der Leute eben diese Übungen machen können. Das Besondere daran ist, man hat so ein paar Sensoren am Körper, das heißt, das Ding trackt auch wirklich, ob ich die Bewegungen, die mir gesagt werden, mache, also mache ich eine Kniebeuge richtig oder nicht. Und ich habe so einen virtuellen Avatar mir gegenüber, der quasi wie so ein Trainer für mich fungiert und mit dem ich auch teilweise Übungen gemeinsam mache, also der mir zum Beispiel Bälle schmeißt, zuschmeißt, die ich auffangen muss und solche Geschichten. Die Umgebung hier sieht man auch, ich weiß nicht, wie gut es über Zoom rauskommt, das ist eine gerenderte Umgebung, das heißt, man kann sich hier eben auch auswählen, wo will ich eigentlich Sport machen? Vielleicht ist meine Wohnung zu Hause auch ein bisschen klein und doof und eigentlich bin ich ein Naturmensch, da mache ich das halt draußen auf einer Wiese. Oder ich bin eher kulturell interessiert, da mache ich das in einem Museum. Im Louvre setze ich mich da hin und mache da meine Übungen. Kann ich sonst nicht, aber so kann ich es machen. Was wir halt an der Stelle gemacht haben, ist, viele Dinge, die man einem Metaverse zuschreiben würde nach der Definition, die ich gegeben habe, sind da drin. Also es ist extrem immersiv, es gibt interaktive Objekte, mit denen ich was tun kann, ich fange virtuelle Bälle und wie auch immer. Es ist halt, die soziale Ebene ist faktisch nur ein Fake, es gibt halt keine anderen Personen in diesem Raum, es gibt auch keine Persistenz, wenn ich es ausmache, ist es weg, aber bestimmte Aspekte aus diesem Metaverse sind da drin und funktionieren. Auch es sorgt dafür, dass Leute das wieder tun, weil selbst dieser virtuelle Avatar für sie als Ansprechpartner eine Motivation ist und der reagiert eben auch drauf, ob ich es gut mache oder nicht, der weiß, ob ich es das letzte Mal gut gemacht habe oder ob ich es diesmal besser gemacht habe und dafür können diese Technologien schon auch noch ein Impuls sein, weil man eben Dinge, die man eigentlich nicht tun möchte, vielleicht in einer Umgebung, die man interessant findet, lieber machen möchte und es ist eben dadurch, dass eine Person, dadurch, dass man eben weiß, mache ich die Bewegung richtig, die Motivation auch steigt und man merkt, okay, ich mache es richtig und ich werde immer besser und ich kriege in irgendeiner Form Feedback und zwar da, in dem Fall ist es halt ein gesprochenes Feedback, diese Trainerin sagt einem halt, wie gut es ist. Für die nächsten habe ich zwei Videos mitgebracht, ich hoffe, dass es gut funktioniert, Videos sind ja immer so eine Sache auf Zoom, aber wir hoffen es mal. das hier haben wir gerade fertiggestellt, das ist in Mettmann in Westdeutschland im Neandertal-Museum. Der Neandertal wurde in der Nähe von Mettmann gefunden, wenn man da jetzt heute steht, dann sieht es draußen so aus, wie man das auf diesem Bild sieht, also es ist ein Wald und im Prinzip haben wir da so eine Art VR-Brille festgeschraubt, damit sie keiner mitnimmt, kann ich aber durchgucken und werde da halt in eine 3D-Welt gepackt, die ungefähr so aussieht, die ich werde dort halt in eine Welt gepackt, die mir verständlich macht, dass das da damals wirklich anders aussah als jetzt, weil damals waren da Berge, die gibt es heute nicht und so kann man sich dort in 3D-Umgebungen, die jetzt nicht wirklich dynamisch sind, rein platzieren, sich aber darin bewegen und so durch eigenes herumgucken, verstehen, wie dieser Ort gewesen wäre. Also da geht es wirklich sehr darum, den Ort, an dem man ist, anders erfahrbar zu machen durch eine VR-Umgebung. Die Immersion ist dadurch auch besonders stark, dass Leute wissen, dass das nicht einfach irgendein Rendering von irgendwas ist und das ist ein Rendering, wie es da damals aussah aus wissenschaftlichen Erkenntnissen basierend. Genau so benutzen wir da halt auch VR. Es ist nicht sozial, aber es hat eine gewisse Form von Agency, also ich kann mich selber bewegen. es hat schon eine starke Immersion und eben auch eine starke Ich-platziere-mich zum Beispiel im Leben dieser Neandertaler, die es damals gab und ich kann mich irgendwie als Teil davon in einer gewissen Weise wahrnehmen. Und als ein letztes wollte ich noch mitbringen, Newform, das ist das letzte Projekt, was wir da im Bereich abgeschlossen haben, das ist gerade im letzten Monat abgeschlossen worden, da ging es sehr viel darum, wie kann ich eigentlich an Räumen teilnehmen, an denen ich nicht sein kann. Und häufig natürlich, ich kann immer wie jetzt in Zoom mir was angucken und das funktioniert für bestimmte Sachen auch gut, aber für bestimmte ist das nicht genug, die Immersion ist eben nicht hoch genug. Und da haben wir ein bisschen damit herumgespielt, ob man nicht in der Lage, ob man nicht Leute in die Lage versetzen kann, in so einem sich live aufbauenden, echten 3D-Scan sich bewegen zu können. Das heißt, wir sehen hier eine Führerin, die führt die Leute durch einen Wald und auf der rechten Seite baut sich so live ein 3D-Modell auf, was ich mir dann aber selber erschließen kann. Ich bin nicht vor Ort, aber ich habe dadurch einen sehr, sehr echten Eindruck, weil ich weiß, dieser Scan ist jetzt gerade entstanden und ich sehe, wie man das hier vielleicht sieht, das ist ein sozialer Raum, in den mehrere Leute sich gleichzeitig einloggen können, entweder per VR-Brille oder über einen Browser oder mit einer App und ich sehe, wie halt hier im digitalen Raum mehrere unterschiedliche Leute unterwegs sind. Ich sehe, wo die hingucken, ich sehe, wo die sich rumbewegen und ein Führer oder eine Führerin kann mir halt derzeit irgendwas über, das ist jetzt quasi bei uns in der Ecke ums Büro in Berlin, was erzählen und die Person zu Hause kann sich halt entscheiden, ich möchte eben dem Führer, der Führerin direkt folgen, genau sehen, was die sieht oder ich möchte vielleicht eher mich selber bewegen können an der Stelle und möchte selber meine eigenen Einbrücke dieses Raums, der sich aufbaut, haben, möchte vielleicht kurz stehen bleiben, während die anderen schon weitergehen, weil mich irgendwas besonders beeindruckt. Und auch hier die Fidelity, also wie perfekt das aussieht, ist gar nicht so hoch, weil leider, also die Scan-Technologie wir nutzen, gar nicht so besonders toll ist, aber der Raumeindruck, dass sich an diesem Ort fühlen, ist extrem hoch. Und das ist eine Stärke, die diese Technologien eben auch haben können. Man hat so eine Form von echtem Verständnis für einen Ort, an dem man ist, an einem Ort, den man vielleicht nicht besuchen kann. Wir benutzen das auch an bestimmten anderen Stellen für zum Beispiel im Naturkundemuseum in Berlin. Da gibt es eine Sammlung, in die darf man nicht rein. Aber dadurch kann man da rein und kann mal sehen, wie das da ist oder kann dahin gehen, wo Tiere präpariert werden für eine Ausstellung, kann sich angucken, wie das funktioniert. Das heißt, es ist eben eine Möglichkeit, ganz selbstbestimmt Dinge, Orte navigieren zu können, die man sonst nicht navigieren kann. Und in dem Fall, wie wir es da gebaut haben, eben gemeinsam mit anderen. Ich höre die anderen reden, wie ich es in einer echten Führung tun würde, aber jeder sitzt bei sich zu Hause und kann sich halt selber, kann eben auch an Dingen teilnehmen, die man sonst nicht kann. Ich kann an einer Führung in Sydney teilnehmen. Über Weihnachten war ein Kollege in Bangkok im Urlaub und er hat uns im Büro halt über einen Bangkoker Markt geführt. Und wir, also man hörte einfach, wie es da klang und ein paar konnten 3D-Brillen aufsetzen, die wir im Büro hatten und man fühlte sich sehr, als wäre man auf eine Art und Weise da und diese Form von Immersion ist einfach sehr, sehr stark. Also Metaverse, der Begriff ist ein starker Hype gerade, der auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast gerade ist, weil es sich nicht eingelöst hat und weil KI ist so ein bisschen überstrahlt. Aber man kann sehr viele Technologien daraus sehr gut verwenden und es hat eben besondere Stärken und die eine Stärke ist immer große Immersion. Ich möchte, dass Leute wirklich das Gefühl haben, an einem Ort zu sein, in einer Situation zu sein, ein ganz tiefes Verständnis für eine Situation zu haben, die mehr ist als ein abstraktes Ich-Lesen-Text. Und eine besondere Stärke, die eben auch vor allem diese VR-Räume relevant macht und den Aufwand, den man betreiben muss, um zu bauen, ist diese Agency. Leute können sich selber autonom bewegen, können selber ihren eigenen Weg in einem Raum finden, können ihre eigene Story finden in einem Raum, können ihren eigenen Bezug zu Objekten in einem Raum finden und sehen, was für sie wichtiger ist. Das ist extrem mächtig und das haben andere Technologien nicht so stark. Man hat immer Schwächen auf der Seite der Fidelity, also es sieht nie so gut aus, wie wenn ich im Raum bin. Selbst 3D-360-Grad-Fotos sehen immer so ein bisschen meh aus. Man sieht immer, dass es fake ist, was manchmal ein Problem ist, manchmal nicht so sehr. Und natürlich, es hat immer die Schwächen auf der Kosten- und Teilhabeseite. Also eben, Menschen wird schlecht, Menschen haben die hart, wenn nicht um das schön zu haben und dann haben einige Leute eben eine bessere Erfahrung als andere, was so eine Form von Ungleichheit ist, die man vielleicht nicht haben möchte. Aber trotzdem, je nachdem, in welcher Situation man ist, können diese Stärken schon wirklich ein extremes Potenzial entfalten. Und ja, das war so ein ganz kurzer Ritt durch das, was wir gerade so machen und was uns beschäftigt. Vielen Dank. Ja, genau. Hier wird applaudiert. Ich weiß nicht, wie es im digitalen Raum ist. Gibt es da auch ein bisschen Applaus? Genau, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, Jürgen, auch ein paar Fragen zu stellen. noch in etwa 20 Minuten. Genau, bevor sich sozusagen noch die ein oder anderen sich das überlegen. Jetzt, Jürgen, du bist ja jemand, der sich schon sehr, sehr lange mit dieser Thematik befasst. Mich würde sozusagen als erstes auch nochmal interessieren, wo du sozusagen auch vielleicht einen ganz besonderen Mehrwert sozusagen für Bildungsarbeit, auch für die Kommunikation, wenn wir uns sozusagen jetzt auf den Weg machen in das Metaversum, was du uns da sozusagen mit auf den Weg geben kannst, worauf wir achten müssen, wenn wir sozusagen auch wirklich Bildungsprojekte im Metaversum machen möchten. Vielleicht damit mal angefangen. Also ich arbeite jetzt nicht direkt in der Bildung, aber natürlich haben, gerade wenn wir für Museen arbeiten, hat das natürlich immer einen bildenden oder einen bildungsnahen Charakter. Es geht ja in einem Museum immer um Vermittlung. Wir wollen immer Inhalte vermitteln, die üblicherweise eben auch mit Wissenschaftlern abgesprochen sind und das ist ja nicht random, was wir da erzählen wollen. Was sich halt herausgestellt hat, ist, dass diese VR-Umgebung nach unserer Erfahrung für bestimmte Dinge gut funktioniert. Da geht es halt häufig, wenn man so einen Gesamteindruck haben möchte. Es geht gar nicht darum, einen konkreten Fakt zu vermitteln. Das geht häufig auf andere Arten besser. Da will man vielleicht das echte Objekt zeigen oder vielleicht will man das auch auf einer Zeitleiste anders darstellen, um es irgendwie greifbar zu haben. Aber so dieses sich an einem Ort platzieren zu können und ihn vielleicht wahrnehmen zu können, wie er mal war und zwar zu wissen, das ist auch eine echte Form von, das sind alte Fotos, die man zusammenstitcht und in denen man sich irgendwie bewegen kann. Das hat schon eine besondere Qualität, die wir gerade eben mit diesem New Form Projekt versucht haben, ein bisschen zugänglich zu machen für andere Dinge, zu wissen, okay, das, was ich hier sehe, das ist jetzt und das ist real. Das hat eine andere Qualität als ein aufgezeichnetes Video zu sehen. In Umfrage hat sich auch gezeigt, dass Menschen das danach anders, einen anderen Bezug dazu aufbauen. Das ist eben auch dieses Thema von der Agency. Wenn wir so eine VR-Umgebung bauen, um etwas zu vermitteln, dann versuchen wir eigentlich, das ist natürlich immer ein Kompromiss, weil das sind Leute, die halt im Museum sind, die können in keiner halben Stunde Einführung geben, wie das funktioniert, aber zu gehen, okay, welche Form von Agency, also von selbstbestimmter Kontrolle können wir Leuten geben und mehr ist meistens besser und damit Leute das Gefühl haben, okay, ich kann mir das jetzt selber erschließen. Genauso wie ich, wenn ich Leuten Objekte in die Hand gebe, die das so wenden und abtasten und einige Leute riechen dran, der nächste leckt dran, so jeder hat seinen eigenen Zugang und das, da sind VR-Technologien halt eine Möglichkeit, Leuten das wirklich zu erlauben und zu sagen, okay, ich kann in diesem Raum, da sind halt x Angebote, wie ich das wahrnehmen kann und ich konzentriere mich auf das, was zu mir spricht und ich sehe dadurch vielleicht nicht alles und ich nehme dadurch nicht alles mit, ich kann keinen Test über diesen Raum schreiben, aber ich habe für mich einen guten Zugang gefunden und dieses Zugang finden funktioniert nach unserer Erfahrung sehr gut als Mittel. Ja, vielen Dank. David, du hast den Überblick über den Raum im Digitalen. Gibt es denn Fragen? Ja, wir haben eine erste Wortmeldung. Ina Wittmer, ja. Ja, hallo. Ja, hallo. Ich habe mich gefragt, so einen klassischen Spruch in der Bildung, der Inhalt bestimmt die Methode und ich kann es mir gut vorstellen, für was du gesagt hast mit Museen. Ich habe jetzt neulich eine Doku gesehen über eine Fahrschule, die das wirklich gut nutzt und nochmal einen Live-Part irgendwo abbildet und dann die Fehler, die da sind, auch nochmal online oder in diesem Metaverse abgebildet werden und man sieht dann genau, hier hast du rechts vor links missachtet, hier hast du das und das gemacht. Da kann ich es mir gut vorstellen, wenn der Inhalt sozusagen passt. Ich bin jetzt in der Schulung von Kirchenvorständen tätig, da stelle ich mir eher den interaktiven Charakter vor, dass sie, keine Ahnung, vor einer Aufgabe sitzen, gemeinsam Dinge zu entscheiden oder so. Also da habe ich noch nicht so das Bild, wie man das umsetzen kann, aber ich sehe momentan eher, dass ich so denke, für manche passt es gut, also für manche Inhalte, für manche vielleicht eher weniger, wie du sagst, wenn es nur um Wissensvermittlung oder Faktenvermittlung geht, ist es vielleicht zu übertrieben, jetzt einen Metaverse dafür aufzubauen oder so. Es ist nur ein Gedanke, auch keine Antwort. Nein, aber völlig. Es ist halt eine Methode, die etwas kann. Und man muss immer darüber nachdenken, die Leute fragen mich manchmal, okay, weil diese 3D-Räume aufbauen, ist ja auch teuer. Das kostet auch ein Schweinegeld oder einen Riesenaufwand, das zu machen. Wie prototypisiert man das eigentlich? Wie baut man das eigentlich? Ich kann ja gar nicht programmieren. Naja, wenn das, was man tun möchte, wenn man den Platz hat, dann macht man einen Raum leer. Man stellt da einfach Kartons rein und gibt sich Filzer und buntes Klebeband. Wenn man in dem Raum eine coole Erfahrung mit sowas prototypisieren kann, dann ist es vielleicht auch eine gute VR-Umgebung. Also wenn halt dieses sich im Raum zusammen bewegen, wenn das dem Ding Mehrwert gibt, dann ist es cool. Bei einer Fahrstelle, ich bewege halt ein Objekt im 3D-Raum, da gibt es natürlich auch Sinn, das irgendwie in 3D zu beleuchten. In einer Situation, wenn ich den Leuten halt eine Website, eine Schulung bei irgendeinem Web-Tool geben möchte, da gibt es halt überhaupt keinen Sinn, weil es ist gar keine räumliche Erfahrung. Und es gibt aber natürlich Sachen, die man sehr gut als räumliche Erfahrung machen kann oder wo man eben dadurch, dass man alle Leute in einen virtuellen Raum gemeinsam setzt, in den sie sonst vielleicht nicht sein können, wo eben das eine bestimmte Stimmung ist. Es gibt vielleicht eine kleine, kleine Zeitnote. Ich fand es eine super Charmy-Geschichte während Covid. Während Covid saßen wir alle zu Hause und haben in Zoom miteinander gearbeitet und das nervt. Und es gab eine schöne Geschichte von einer Software-Entwicklungsfirma in den USA. Die haben ihre Meetings in einem Videospiel gemacht. Das heißt Red Dead Redemption. Können alle sich gemeinsam einloggen. Man ist halt Cowboy und reitet auf der Steppe rum, wie auch immer. Die haben das Spiel nicht gespielt. Die haben sich an einem Lagerfeuer getroffen und da miteinander geredet. Einfach weil sie diese Stimmung, die das machte, gut fanden. Und die haben halt nicht mal ihre Gesichter gesehen, sondern die haben halt alle irgendeine Figur gehabt, die irgendwie aussah. War auch egal. Aber das gemeinsam an so einem Lagerfeuer unterm Sternenhimmel zu sitzen, war was, was sie für ihre Meetings als Stimmung haben wollten. Und das kann natürlich schon für eine Bildungssituation nützlich sein, eine ganz andere Stimmung setzen zu können, als die, in der man eigentlich ist. Ja, ich kann das aus eigener Erfahrung unterstreichen. Nicht, dass ich schon am, also ich saß auch schon am Lagerfeuer in Red Dead Redemption, aber ich habe das vor allem auch wahrgenommen, als wir sozusagen in diesen Räumen dann drin waren, dass sozusagen auch die Begegnung, also dadurch, dass es irgendwie etwas Haptisches hatte, dass man sich gegenübergetreten hat, ich kann das noch gar nicht so genau beschreiben, aber dass das schon noch mal einen anderen Charakter hatte. Ich schaue jetzt auch mal bei uns hier in den Raum. Ich frage auch weiter an David, ob es noch weiter Fragen gibt. Gibt es hier denn erstmal Fragen? Ich habe mich hier mit Annika noch. Hallo Annika. Ja, gerne. Schieß los. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage und zwar, es ist jetzt vielleicht so ein bisschen spezifisch, aber ich fand es total spannend mit dieser Live-Übertragung. Also es gibt ja, ich komme aus dem Jugendbildungsbereich und es gibt ja auch so kritische Stadtrundgänge und, und, und. Da habe ich jetzt gesagt, das wäre natürlich total lustig, also so einen Stadtrundgang zu machen und was ich mich jetzt gefragt habe, sind zwei Sachen und zwar das eine, also es ist ja eine Live-Geschichte, das heißt, die Führungsperson läuft da rum und erzählt etwas und ich kann als Person im virtuellen Raum irgendwie so laufen, wie ich es möchte und jetzt habe ich zwei Fragen. Kann ich denn verloren gehen? Also auf den Stadtrundgang passiert es ja auch, dass Leute irgendwie stehen bleiben und die ganze Gruppe rennt weiter und, also was passiert dann? Habe ich die Chance, hinterher zu rennen und wenn die Person mal irgendwo stehen geblieben ist, was erzählt hat, das nochmal nachzuhören und dann weiter zu kommen? Oder ist es wirklich der Moment? Man kann in diesen Räumen mehrere Bewegungsarten haben. Das eine ist, ich werde automatisch mit dem Guide einfach mitgezogen oder mit der Guide. Das andere ist, ich bewege mich frei, aber ich laufe immer auf dem Boden und das dritte ist, ich fliege, wie auch immer ich will. Aber das können nicht alle, das irritiert einfach Leute sehr, sehr stark, aber für Leute, die zum Beispiel Videospielerfahrung haben, geht das manchmal ganz gut. Und es gibt halt einen Knopf, der bringt mich immer direkt zur Guide. Ich drücke den und dann bin ich wieder da. Weil genau das ist ein Problem, so okay, wo laufen jetzt die anderen und so weiter. Wir haben hier Führungen durch Berlin gemacht, auch so an der Eastside Gallery vorbei, weil Graffiti funktioniert in dem Look ganz gut. Und da sind auch Leute verloren gegangen, gerade die Berlin nicht gut kannten, weil sie frisch dazugekommen waren. Und danach haben wir diesen Button hinzugefügt, er war notwendig. Danke. Ja, vielen Dank. Hier im Raum gibt es auch eine Frage. Bitte schön. Wir hören nichts. Da läuft das Mikro offenbar nicht. Okay. Ich gucke. Ah, jetzt ist es an. Das lag. Wir haben es anbekommen. Alles klar. Nochmal ganz herzlichen Dank für den spannenden Input. Ich fand auch dieses New Form sehr faszinierend. Daran anschließend die Frage, gehe ich recht in der Annahme, dass dann eure Arbeit wirklich eher Richtung Argumented Reality geht? Oder also eben weg von diesen Wegbeamen in eine komplett eigene Welt mit Brille, sondern wirklich die Lernerfahrung oder ja, Präsenz und Virtual Reality kombinieren. Es kommt ein bisschen auf den Kontext an. ja, häufig ist, weil wir haben eigentlich immer mit einem physischen Raum zu tun, mit einem Museum oder mit einem Ort draußen oder sowas. Wir machen eigentlich nie Dinge, die keine physische Manifestation haben. Das ist einfach, jeder hat ja so seinen Steckenpferd. Bei uns geht es eigentlich immer darum, physischen Raum und digitalen Raum zu verschmelzen. Aber es gibt natürlich Situationen, wo wir das trotzdem gerne einsetzen. Wie gesagt, um an Orte zu kommen, an die ich nicht kommen kann, um eben einen wirklich umfassenden Eindruck von einem Ort zu haben, den ich sonst nicht haben kann. Genau wie dieses Beispiel aus dem Neandertal-Museum. Dieses quasi VR, es ist nicht echt, aber im Prinzip dieses, okay, du bist jetzt in dieser anderen Geologie, die es hier um dich herum eigentlich mal gab. Das ist eben was anderes, als den Leuten Fotos davon zu zeigen. Und wir benutzen das schon an bestimmten Stellen, gerade um entweder am Ende einer Ausstellung nochmal so einen Gesamteindruck zu geben. Also man hat sogar ganz viele einzelne Fakten verstanden und man weiß, okay, damals war das und dann hat man noch einmal so, okay, jetzt setzen wir dich da einmal richtig rein und alles, was du als Fakten gelernt hast, kannst du jetzt so ein bisschen auch emotionaler selber so wirklich platzieren im Raum oder manchmal auch als Einstieg zu sagen, okay, so sah das früher hier aus und jetzt sprechen wir mal drüber, was das eigentlich bedeutete oder warum das so war oder je nachdem, wie halt eben auch die, wie auch der Bildungsauftrag des jeweiligen Raumes ist. Aber gerade, was die Kollegin mit der ersten Frage quasi oder mit dem ersten Beitrag meinte, es hängt halt extrem davon ab, was wir aussagen wollen. Manchmal ist eben dieses, wenn ich halt echte Objekte habe, dann ist Augmented Reality natürlich interessant, wenn man was drüberlegen kann. Also man hält halt dann eine kaputte Vase vor eine Kamera und jetzt sehe ich durch eine Ergänzung, wie sie eigentlich ausgesehen hätte, ist natürlich cooler, als einfach jetzt, okay, jetzt ist hier ein 3D-Rendering, wie es ausgesehen haben könnte, weil dieser Bezug zum echten Objekt einfach dann schöner ist und an bestimmten Stellen ist halt VR der richtige Weg eben, wie gesagt, weil man nicht da sein kann. Wir experimentieren gerade viel damit, wie man zum Beispiel unterschiedliche Museen als Räume verknüpfen kann, weil kein Museum hat ja alles zu einem Thema. Dann ist man ein Museum für einen bestimmten Künstler, aber es fehlen die drei wichtigsten Werke, weil die hat halt jemand anderes. Warum kann ich die da nicht auf irgendeine coole Art und Weise reinbringen, sodass ich eben auch diese vollständige Erfahrung habe? Oder warum sehe ich halt, wenn ich ein Dinosaurierknochen vor mir liegen sehe, ist das schön und gut? Wo war der denn? Und wie sah die Umgebung damals aus, in der er sich bewegt hat? Also VR ist schon auch ein wichtiges Werkzeug für uns in unserer Toolbox, aber wir setzen es halt verhältnismäßig sparsam ein, eben aufgrund der Tatsache, dass es, aber das ist jetzt der Kontextmuseum, es ist hygienisch nicht ganz so einfach, man muss die Dinge halt immer reinigen, wenn sie jemand benutzt hat, das ist manchmal eine Schwierigkeit, sind halt verhältnismäßig fehleranfällig und gehen leicht kaputt und das ist für so einen öffentlichen Raum manchmal eine Herausforderung, weil da auch häufig niemand ist, der genug im Thema drin ist, um, wenn es kaputt ist, das Ding wieder in den Start zu bringen. Deshalb sind wir da manchmal ein bisschen vorsichtiger. Aber das ist in Ihren Kontexten manchmal vielleicht auch ganz anders. Vielen Dank. Da, direkt eine neue Frage. Bitte, Torsten. Ja, okay. Auch von mir nochmal herzlichen Dank, es war sehr, sehr spannend, hat mich in vielen Dingen Gott sei Dank auch bestärkt und in anderen Dingen mir auch nochmal ein paar neue Informationen gebracht. Frage, die ich mir gestellt habe, du hast empfohlen oder hast erzählt, man könnte mit der Brille draußen rumlaufen, jetzt weiß ich, dass das bei vielen Brillenherstellern zumindest nicht empfohlen wird, dass es da Probleme geben soll, dass die sich nicht finden oder whatever, können die auch mechanisch kaputt gehen oder es das unkritisch gibt, spezielle Modelle, wo es geht. Das wäre so meine erste Frage. Also für diese Führung, bei der wir da waren, da läuft niemand draußen mit der Brille. Die Person draußen hat, wir benutzen so ein Leider aus dem iPad, weil es billig ist, da läuft eine Person normal durch den Raum und hat auch andere um sich herum, die halt gemeinsam eine Führung machen, aber eine Person, die sich von außen remote, digital zuschaltet, die kann eine VR-Brille aufhaben, die sitzt bei sich zu Hause, kann sich aber halt dadurch in diesem 3D-Raum sehr, sehr immersiv bewegen. Es gibt neuere Brillen, die so ein sogenanntes Pass-Through haben, also das neue Oculus-Ding. Damit könnte man laufen, dann kann man die so als so eine Augmented-Reality-Brille sehen, weil man sieht halt quasi alles, was draußen ist, nur durch die Kamera und kann dann da rein projizieren. Die Dinger sind, weil die so ein bisschen den Fokus verschieben, also es ist auch ganz schwer, damit Dinge echt zu greifen, weil es so ein bisschen durch die Kamera verdreht ist. Ich würde auch nicht empfehlen, damit draußen rumzulaufen. Also VR-Hardware außerhalb so eines abgesperrten Bereichs zu benutzen, würde ich niemandem empfehlen, weil es einfach zu leicht ist, dann eben doch zu stolpern und dann hat man was auf dem Gesicht, was auf den Boden schlagen kann. A kann das kaputt gehen, aber das ist nicht so schlimm, das Gesicht kann eben auch kaputt gehen und so weiter. Die Verletzungsgefahr ist einfach deutlich zu groß, aber man kann eben durch so Technologien, wenn man dann zu Hause VR hat, eben doch mal eine deutlich höhere Immersion erzeugen, aber das ist dann eben in einem sicheren Kontext. Und dann meine zweite Frage, dass die Anwendung Beware fand ich sehr interessant. Gibt es die irgendwo? Kann man die regulär, gibt es die in irgendwelchen Stores schon oder wenn nein, wo kann man sie herkriegen? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass, ich komme ja aus dem Volkshochschulkontext, dass das natürlich für uns eine interessante Anwendung sein könnte. Die ist nicht einfach so öffentlich, es ist halt Ergebnis eines Forschungsprojektes, das ist halt nicht, diese Forschungsprojekte enden ja immer als Prototyp, das ist ja kein Produkt, wir verkaufen das nicht als Produkt. Wir haben vor allem damit versucht, irgendwie, und auch die Charité haben versucht, motiviert das Leute überhaupt. Jetzt könnte man sagen, okay, wir haben festgestellt, dass es das tut, jemand könnte ein Produkt oder das machen, das ist nicht unser Geschäftsmodell. Wenn man jetzt sagt, okay, wir würden das gerne mal ausprobieren, dann muss man mal in Kontakt treten und gucken, dass wir das irgendwie mal an den Start bringen. Also es ist halt eine normale Anwendung, die läuft auch auf vielen Brillen. Da kann man sich aber einfach in Verbindung setzen mit uns, wenn das wirklich nochmal ganz konkret ein Szenario wird. Das würde ich gerne tun, denn in Volkshochschule reden wir von 890 Schulen deutschlandweit. Das ist also schon vielleicht auch dann eine Krillian-Tel, wo der Bundesverband das vielleicht mal beauftragen könnte, dann was Echtes draus zu machen. Auf jeden Fall. Ich setze auch, also wenn ich die Folien verschicke, ich packe nochmal die Links zu den Projektdokumentationen bei uns auf der Website dazu, dass man auch direkt finden kann. Da ist auch teilweise noch mehr Dokumentation und dann ist auch Kontakt, sind Kontaktdaten da. Danke. Sehr gut. Ina Wittmeier wäre wieder aus dem Online-Raum, wenn es okay ist, Lukas. Ja, hier weiß ich nicht, hier hat sich niemand mehr gemeldet, deswegen gerne Ina. Ich habe noch eine ganz praktische Frage. Als Brillenträgerin frage ich mich, wie das mit zusätzlicher VR-Brille funktioniert. Geht es gut? Ist es doof? Das muss ich beachten. Es kommt ein bisschen darauf an, natürlich welche Brille man hat und wie stark eben auch und welche Einschränkungen man auf den Augen hat. Ich bin eigentlich auch Brillenträger, ich trage nur Kontaktlinsen, eben weil ich ständig VR-Brillen benutzen muss in der Arbeit und dann nervt das mit der Brille manchmal einfach sehr und weil auch nicht alle so gut darin sind. Es gibt VR-Brillen, da kann man schon einen gewissen Ausgleich machen. Also da kann man halt die Linsen einstellen, sodass bis zu einem gewissen Maße auch Sehschwächen ausgeglichen werden können. Das hängt aber wie gesagt sehr, sehr davon ab. Also auch wenn man dann anfängt noch Hornhautverkrümmung und so weiter drin zu haben, dann irgendwann braucht man doch die Brille drauf. Auch das ist bei den Modernen teilweise besser mitgedacht, aber auch da ist natürlich immer eine Frage der Kopfform, der Brillenform. Einige eignen sich besser, einige eignen sich schlechter. Das ist dann am Ende immer auch eine Testfrage. Danke. Robert, ich schaue zu dir. Ich schaue in den Raum. Gibt es noch Fragen? So, online schaut alles. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage. Jürgen, wir werden uns ja auch sozusagen auf den Weg machen, einen eigenen Raum zu erstellen. Was kannst du denn sozusagen uns für die Raumgestaltung noch mit auf den Weg gehen? Wir hatten schon darüber gesprochen, dass es da natürlich irgendwelche Aspekte zu beachten gibt, was die Farbgebung vielleicht sozusagen betrifft oder dass die verschiedenen Wahrnehmungsebenen mit beachtet werden müssen. Genau, was kannst du uns noch mit auf den Weg geben? Was sich bei uns herausgestellt hat, ist, dass man einfach, gerade wenn man Leute hat, die nicht so super viel Erfahrung haben, man muss sehr, sehr plakativ sein mit allem. Also wenn man halt will, dass Leute mit etwas interagieren, dann am besten einen Spot drauf scheinen. Also das, was man im normalen Leben nicht machen würde, weil es sieht halt absurd aus, muss man in diesen Räumen schon machen. Einfach um viel der Hinweise, die wir sonst im physischen Raum haben und die wir als Menschen einfach gelernt haben, wahrzunehmen, die hat man halt da nicht. Und daher ist es da wichtig, extrem gut sichtbare und einfach verständliche Hinweise zu geben, in dem Sinne von, okay, hier ist etwas, das ist interessant für euch. Oder hier auch die, durchaus Angst zu verlieren. Und das ist auch ein Fight bei uns intern mit den DesignerInnen und so weiter. Manchmal hat man gesagt, dann malen wir halt jetzt einen Pfeil auf den Boden, wo die Leute hingehen sollen. Einfach damit ihnen das klar ist. Weil eben der Flow, den so ein normales Gebäude hat und eben auch dadurch, dass Besucherströme da sind, die auch mich einfach, weil sie mich anrempeln, mich in eine richtige Richtung bringen, habe ich da nicht. Und ganz viele diese subtilen Dinge fehlen. Deshalb muss man da manchmal einfach sehr viel unsubtiler sein und eben nicht davon ausgehen, ja, das kennen Leute schon, sondern es einfach sehr, sehr klar machen. Sehr, sehr einfach machen. Weil einfach die Technologie schon für viele Leute schwierig genug ist, sich überhaupt daran zu gewöhnen und weil diese Wahrnehmung so anders ist und weil es so ein bisschen desorientierend sein kann, ist es einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr einfache und sehr leicht verständliche Architekturen zu machen. Ich weiß, es gibt so viele Showcases, wo es dann ganz fancy ist und man kann sich beamen und man kann an der Decke laufen und all diese Dinge. Und wie gesagt, für 16-jährige Videospieler ist das auch fein, aber für die meisten Leute führt das einfach nur dazu, dass ihnen schneller schlecht wird, weil dieses Schlechtwerden ist auch eine psychologische Reaktion auf diese etwas entfremdete Wahrnehmung der Welt, die man da hat. Und das sollte man auf jeden Fall versuchen, weniger zu machen. Wenn man es kontrollieren kann, zum Beispiel so kleine Dinge wie, wenn ich sicherstellen kann, dass der visuelle Boden so aussieht, wie der Boden im Raum, in dem ich bin, sich anfühlt. Wenn ich weiß, die Leute benutzen das Ding alle in einem Raum mit Teppichboden, würde ich Teppichboden auf den Boden malen im Virtuellen. Weil dann das Gefühl und das Geräusch, was man davon mitnimmt, sich so anfühlt, wie der Ort, in dem man ist. Das heißt, man kann, wenn man eben auch den physischen Raum, in dem das benutzt wird, mitdenkt, manchmal so gewisse Hinweise mit rüber retten. Wenn ich halt weiß, okay, ich habe einen Raum und draußen sind immer Vögel und ich möchte gerade die Leute in so eine Umgebung packen oder ich will, dass sie sich fühlen, als seien sie draußen, mache ich die Fenster auf. Das sind so ganz platte Dinge, aber das hilft Menschen, dass das Gefühl zu dem passt, was sie sehen und das macht es einfacher, sich in diesen Räumen zu bewegen. Gut fand ich auf jeden Fall, dass man technisch auch einbauen kann, dass niemand verloren geht und vor allem finde ich es jetzt ganz wichtig, wenn wir jetzt nochmal in die Pause gehen, dass auch hier uns niemand verloren geht. Ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich bei dir, Jürgen, dass du uns hier den ersten Einblick gegeben hast. Wir machen jetzt zehn Minuten Pause und gebt doch nochmal einen kleinen Applaus für Jürgen und genau, wir machen in zehn Minuten weiter. von der Öffentlichkeit, ja wir machen jetzt noch ein bisschen mit der Öffentlichkeit.